Gering fährt da außen hin, dann kann man mal gucken nebeneinander untereinander. Also 2020 und 2021, da ist ordentlich was passiert auf dem Kanal, auch gegenüber YouTube, ähm, Twitch, was haben wir hier, 2000, achso, aber da schicke ich dir gleich in, äh, Discord. Ich mache jetzt noch eine, äh, eine schnelle Fahrt und dann geht es weiter mit, äh, einer Runde League of Legends. Also ganz im Ernst, Schatten, mir kommt es so vor, als würde man es schon länger wie ein Jahr machen, ne. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Also 2002, äh, 2021 war jetzt das erste Jahr, wo quasi permanent Druck auf dem Kessel war, ne. Sei es auf Twitch und auf YouTube. Das heißt jetzt hat das Jahr, also das letzte Jahr war das erste Jahr, wo wir quasi jetzt vergleichen können. ähm, ähm, 21. Kann ich mich quasi an den, an den, an den Monaten, kann ich mich jetzt messen. Also der Dezember kann ich, ich schicke dir gleich mal den Grafen, der Dezember alleine war echt der Hammer. So, wir versuchen hier hinten rauszutoppen. Die dreht ein. Da ist die Smolensk, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und wir tappen einfach mal. Naja, die wird hier hinten, die wird hier gebremst haben. Die ist schon am zurückfahren. So, die Gehring hat auf jeden Fall die Shima schon weggemacht, sehr gut. So, jetzt haben wir aber hinten die, was war es, die Hindenburg oder was? Ja, ich brauche auch Aufklärung. So, das ist die Hindenburg. Ah, soll ich? Wir probieren's. Okay, ich bin jetzt entdeckt. Ja, das war mir schon fast klar. Ist das die Smolensk, nehme ich spottet quasi? Okay. Was ist das? Oh, die Ohi-Oi-Oi. Unser Team hat die Führung übernommen. Zurück, ne? Die Sau. Soweit kann ich nicht schießen. So, jetzt aber. Erster Brand. Ja, die Hindenburg hat auf jeden Fall keinen Bock. Ja, dann noch zwei Schlachtschiffe. Ey, super gute Runden heute. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich spiele aber auch wirklich recht solide, ne? Zumindest jetzt, außer in dem Allerersten. Allein, außer in dem Allerersten. Das war ein bisschen Trash. Habe ich nicht viele Fehler gemacht. Der Mensch, meine Lernkurve muss halt auch mal ein ganz bisschen nach oben gehen. Das kann ja nicht immer nur bergrunter gehen. So, die Montana taube ich jetzt. Aber nicht, nicht so. Und die wird jetzt wahrscheinlich abdrehen wegen der anderen. Ja, wir tauben trotzdem. Dann ist die Kurfürst. Vielleicht sollte ich auf A fahren? Komm, wir decken mal die Kurfürst auf. Vielleicht fährt er ja in meine Trops hier rein. Ah, sie dreht jetzt ab. Geil. Wirklich gute Runde. Run 1. Also. Ich glaube, die lohnt sich auf jeden Fall. Die Qualifikation. In der Silberliga war ich tatsächlich noch nie, ne? Zeit bis Ende der gewerteten Befechter. Okay, wie lang geht der Sprint noch? Drei Tage. Das ist immer so. Wenn es mal einen Monat gehen würde, wenigstens. Ah, Sprint 4, ey. Das ist ja nix. So immer eine Woche. Es wird ja jede Woche quasi zurückgesetzt, ne? Das ist schon krass. Da komme ich ja nie hoch. Okay. Das war's für World of Warships, Leute. Wir spielen jetzt noch eine Runde. Es ist, glaube ich, wirklich nur eine Woche. Ich glaube, von Sonntag bis Sonntag oder so. So. Und dann geht's.